b hey leute hier ist mal wieder euer dragon ray und ähm ich wollte nur mal sagen dass ich jetzt auch auf facebook bin da werdet ihr immer die neuesten videos sehen was ich gerade hochgeladen hab dann müsst ihr nicht immer extra auf youtube gehen und gucken was gerade neu ist ihr müsst einfach nur auf facebook gehen natürlich immer die neuesten videos posten auch noch andere sachen außer videos und ähm der facebook link zu meiner seite habe ich in die beschreibung mit reingepackt ganz einfach www.facebook.com slash dragon ray 1001 genau so heißt es hier wenn es euch gefällt bitte like die seite und ähm ja bis zum nächsten mal ciao Leute